muss aber nur bei dir nimmt sich nicht mehr normal habe ich das gefühl maxi benimmt sich nicht mehr normal maxi was hast du für tabletten heute genommen ich will auch ausgetrocknet oder ist schon wieder zu lang wach kann auch möglich sein das ne das wirklich ein toster was hören eiweiß inhalt hat kann ich was geht habe ich gesagt will ein fleisch haben was geht blablabla was das rot über dich das ist wirklich total schon halb 2 teddy habe schon in der fahne will ich will nun haben ja nein vielleicht kann ich nicht nein sagen ich bleibe jetzt einfach hier hier sieht ständig aus hier bleibe ich jetzt einfach so w der kunde sowieso so ich glaube hier bleibe ich jetzt hier sieht es gut aus hier braucht meine base gehen nach hause ich weiß nicht mehr ich habe vergessen danke tschüss z guck mal wenn ich doch hier so hin baue hierhin so ich möchte hier mein camp haben danke so perfekt wie funktioniert das jetzt hier noch sie kannst mir das bitte noch erklären ich habe keine ahnung die brauche ich auch ja jetzt erst mal dahin was ist das richtig am woher ihr true szene blau pausen lassen blau habe ich nicht quest die habe ich doch nichts abgefertigt was bist du ein boden will habe ich denn ja gut mal ich habe ich habe ein bisschen holz ach man kann die auch verstanden das hätte ich er wissen müssen doch noch sie du kannst du ruhig auch sagen w base erst mal in gefahrzone ersetzen wieso die gefahrzone morgen ist das eine gefahrzone hier da keine gefahrzone hier wo seid ihr die gefahrzone wieder voll entspannt hier aus ich okay egal ich weiß es nicht keine ahnung ich wollte sie einfach lass mich in ruhe maxi okay danke tschüss ich baue jetzt hier einfach ist so kann ich es weiter weg machen und ran machen hallo aber was machst du denn da ich baue jetzt anscheinend voraus wenn die six der base an so wie geht's dir freut mich dass du da bist ich kann das dreh in karlalala das ist nicht cool ich baue anscheinend jetzt in 76 der base ob das gut ist sei dahingestellt ich habe keine ahnung ich weiß nicht mal wie ich erbauen soll ich weiß aber auch minecraft und wie geht's dir wie war dein mittwoch was machst du morgen schönes einfach machen die ja na klar wieso was ist hier so wir haben connected ist eklig da ist bei uns ja so widerlich ich habe ich habe keinen bock mehr hallo machen okay so geht's so nice und heute war arbeiten morgen bis morgen auf dem männer tag arbeiten ja ich muss in die schule ich habe keinen bock morgen ist feiertag wie komme ich eigentlich runter ich habe keinen bock darauf tatsächlich so wende nee das sind keine wende aber freut mich da bist ja gastro muss halt arbeiten ja okay aber freut mich dass du da bist ich werde es mal um hallo ich was wieso kostet das echt geld was ist das denn ich habe kein geld lass mich in ruhe gehen und geweckt habe ich möchte doch jetzt kann ich keine wände bauen oder was ist das dein ernst mein bester freund der bisher war arbeitet auch in der gastro und muss morgen auch ran dein bester freund ach so du meinst bei dir würde nur mit echt geld wenn ja habe ich mich nein eigentlich nicht habe ich mich auch schon gefragt das ist voll dumm ist wirklich keine base bauen das ist ein joke wie komme ich denn hier runter mit die pfeilte hast du war das ja nice ich habe halt tatsächlich hat halt noch nicht freigeschalten deswegen nicht noch keine base bauen ha 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 das alles bauen ha 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 wir waren ja mal drehen so ich brauche eigentlich nur tatsächlich bei dir eine wand aus türen kann ich ja nicht mehr bauen dafür brauche ich eine wand wir wollen da waren zwei doof du was ist das habe ich auch noch nicht ich habe das kann ich bauen lichter geil wasser was ist das denn ach so wo sind meine generatoren wo sind meine kisten da sind lagerkisten die ich alle nicht bauen kann weil ich ja noch gar keine freigeschalten habe geil was ein haufen heiße du noxie was ist da ich wollte ja warum die es mir egal dass die richtigen kisten naja habe ich hier davon gebaut hier könnte ich alle mal so wie kann ich jetzt wieder abreißen danach schalte doch mal ja ich habe wenn du mir das geld gibt es entscheid ich gerne alles frei du wie kann ich sagen abreißen bewegen blau pausen okay wie kann ich sagen abweißen auswählen ja wirklich abweißen okay okay das macht ein bisschen einfacher vielleicht wie kann die sachen abreißen du musst das mit dem super spektral haben abbauen was sind aber doch nicht da lass mal stecken dann schalte doch mal bei er siehst da siehst du siehst du ah ok bräuchten hat genervt davon ja keine lust hier ich habe schwer keine los weiterzumachen glaubt mir oder glaubst du nicht ist mir egal ich will nichts herstellen wird auch niemanden bereich daran monnen ich will es abreißen man ich habe mal lagerkisten freigeschaltet wie soll ich hier eine baseball ohne irgendwas glaubt ihr nicht denn glaubt ich glaubt ihr nicht ich glaube ihn auch nicht du aber ich will wissen alle noch sie wie kann ich die sachen abreißen bin ja schon wieder geträgt bis zum geht nicht mehr hier ja warum wenn kann man jetzt eine lagern verwerten verwerten easy gefunden weg 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 so ich kann ja ja weil ich dachte dass die lagerkisten die hier sind keine lagerkisten ich habe keine lagerkisten freigeschalten was ist das für ein schmutz schon wieder sie an ich habe nichts freigeschalten ich tue ja gerade komplett aus meinem leben was soll ich hier eine baseball wenn ich nichts freigeschalten habe sagt mir wie soll das funktionieren was ist das händler händler cool ob ihr weißt du was der händler passiert einfach hier so darf perfekt passt natürlich kann ich bauen cool ich will mir keine wände kaufen ich will mir das hier kaufen oder das fette boot hier oder das hier oder das hier oder dass das 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 alles man dann habe ich ja kein geld irgendwann mehr zum teleporten das ist doch alles schon wieder ist doch schon alles beschissen auch immer ich so sage ist damit einfach so was bräuchten generator was hier generator mittel fast dass ich mit generatoren strom später ne falls ich hier nämlich anlagen in baue ich weiß ich weiß jetzt schon wieder warum ich das erst später machen wollte ich weiß das schon wieder die kosten 560 ich habe danach kein geld ich werde die nix kaufen wer bin ich denn hallo nicht auto laufen herauf verbündete cool ich kann mir verbündeten holen ist ja geil du kannst jetzt nur ein du kannst die jeweils nur einen werkstatt gegenstand eines verbündeten in einem camp platzieren auch cool da machen jetzt alle für mich da muss ich hier nichts mehr machen klar wird lässt grüßen also nichts sagen weil ich habe es klar also ich habe es nicht ich finde es nicht gut was damals gemacht wurde aber mit du denn wie soll ich ohne kampf einsätze zum ritter befördert werden ist schick hier mit dem bauern habe ich persönlich nicht so was hatten wir alles ich glaube das einfach und gibt es mir ich kann dir nichts geben so idiot ich habe nichts okay ich habe anscheinend jetzt einen verbündeten ich da schon wieder runter rennen geil ein bett kann ich bauen w ob beides was w auf beide scheißen weil ja ich kann mir ein bettchen bei das kann ich schlafen ich kann mich jetzt ausruhen gute nacht so gute so wie sie erst mal schlafen ja so wie dazu aufstehen ich habe keine zeit keine zeit für schlafen wie geht es weil ich muss hier runter holst du jetzt sind kommst du mal wieder her wo willst du hin ich habe dich nicht gekündigt du kommst du daher stelle ich da oben hin was los bei dir ich kann guckst dir an ich kann mir nicht mal lagerkisten kaufen nix ist hier frei weh gefühlslos ich kann nur diese ist die einzige kiste die ich bauen kann ich hasse blutkäfer ich auch jetzt hasse ich dich zum freistellen voll oder ein fürst mitgliedern wie werde ich ein voll und fürst mitglied ich habe keine ahnung das muss man sich kaufen muss oder was kann ich bauen cool was bringt mir noch nichts atlantic city let's go den haben wir schon tische wollen wir nicht im band dekoration wollen wir nicht was ist das um ein total ok mit ihrem punkt aber kein punkt aber ich will mir ein bunker bauen dass ich das hier platziere nur 20 camp du hast den personen deaktiviert pvp ist nur also möglich ok betreten ich habe einen bunker gebaut ich habe einen bunker ja wie geil ist das denn jetzt habe ich noch eine base oder das reicht doch mega ich habe einen bunker let's go ich habe einfach einen bunker kann ich ihn da weiter nach beliebig wie ich bock habe dass das doch sick geil mancher im bunker let's go ich habe keine ahnung frag mich doch nicht aber ich glaube ich habe jetzt pvp an wie mache ich jetzt wieder aus scheiße wie mache ich pvp jetzt aus wie mache ich pvp aus habe keine ahnung jetzt können die dich ja theoretisch können sie das aber ich will pvp nicht haben ihr sagt mir mal wie ich das ausmache bitte hat menü einstellungen biel apatio nutzt aus nee ein wieder habe schon gefunden pvp nee gar kein bock auf pvp so aber ich habe einen bunker let's go mega den habe ich noch sie keine ahnung geben auch unterkünfte bei dir ich kann meinen eigenen wollt bauen wie geil ich kann meinen eigenen wollt bauen wie toll ist der also wenn ich ihn kaufen kann der kostet echt geld wie frech ist das denn ja aber kostenlos freischalten let's go ich habe uns reingeschalten ich habe keine ahnung was ist so das habe ich was haben wir hier das ist mir zu teuer das will ich nicht weg wo haben wir denn jetzt hier kommen wir machen ja noch super macht was aber so free sachen im shop drin musst du mal rein schnubbern vielleicht hast du was free dass du dich haben wie viele noch 50 noch nie gespielt ich meine ich meine natürlich noch sie absolut gibt es hier sachen die kannst du dir kostenlos holen und was heißt ihr pay to win du kannst doch hier anscheinend dir diese punkte erspielen echt geil nur mal kurz als den ganzen teile for free wäre im crazy wenn man hier ist noch was wie geil eine lunchbox nehme ich mir jetzt go ins früß immer her damit gar kein problem die katze ist auch free let's go gerade auch mir doch egal ach guck mal hier gibt es kids erhaltene teile mit hierher bekomme ich hier kann ich mir die wände kaufen und so weiter und die türen das wäre sick vielleicht sollte ich mal ein bisschen sparen und kann man das nicht kommen anscheinend kann man das halt über die kosten willkommen hier drin ich will den roboter hund haben noch sie übertreibst du nicht morgen bram linken und kürze so war gut egal gut ich kann mir nichts machen das ist die base sieht echt gut aus ja ich habe mich da ich habe mir echt viel mühe gegeben bei der base tatsächlich ja sieht gut aus wenn ihr mich fragt also ja keine ahnung ich glaube wie kann man tatsächlich irgendwann erweitern mein gehört zu haben dass man die erweitern können aber ja wir sind mit dem baseball fertig mehr können wir leider nicht machen es tut mir echt leid aber mehr geht nicht mehr sagt mein hätte und nicht aus doch was machen wir wollten achten die rosk ist ja fertig geil und sieht ganz gut aus wohnen jahre sieht voll wohnlich aus so ohne wände fühle ich mich auch definitiv sicher ich könnte auch hier ohne wände alles würde ich mich so komplett im freien mega geil du mega geil beste was man haben kann beste kochst du jetzt ja mich was willst du für ein krasser ein geiler typ ich weiß ja nicht wo du her kommst aber ja okay egal erstmal kochen wo geht denn der hin was macht er denn was ist bei ihm los der ist einfach jesus er ist einfach jesus okay reicht ich werde müde ich bin achteinhalb stunden live ich bin überdreht ich sollte schlafen gehen alter der schwebt das ist true gut ich mach mal kurz fünf minuten pause dann würde ich ganz gerne noch die aufseherin quest anfangen oder ja genau die aufseherin quest da hinten will ich aber hin aber wir machen erstmal die aufseherin quest gut ich mach mal kurz fünf minuten pause ich bin gleich wieder da es geht sofort weiter mit äh ja ach dann habe ich schon wieder viel zu viel die sind also 40 fast 45 die zehn die kann ich doch voll machen oder einfach stark von mir ja super danke danke ja natürlich mal jetzt in 80 stunden wie mich ich glaube ja nicht hast du jetzt was geht hier ab und die blablabla eigentlich will ich schon längst ins bett sein haha me too aber zu geil hier blablabla kann ich schon seit kennenzulernen ja das ist true das ist schon ziemlich ziemlich lange damals tatsächlich durch youtube kennengelernt oder durch youtube und jetzt immer noch ne damals youtube videos gemacht jetzt vielleicht die mache ich ja immer noch du ich lade immer noch aktiv videos hoch auf youtube jetzt wird aber auch einen neuen kanal aber es läuft so was machen wir jetzt noch die letzten 15 minuten tatsächlich durch youtube und seitdem immer wieder mal in kontakt gewesen und jetzt immer wieder öfters tatsächlich seitdem wir uns das letzte mal wieder getroffen haben haha so die aussehung wollte weitermachen ne aber erstmal brauche ich platz ich habe hunden ich brauche lager ich brauche kisten ich muss das jetzt wirklich kaufen das doch doof anzeigen stühle lager klagen kisten da waren sie was kaufe ich jetzt hier am besten noxie was ist das denn hier gut das ist die lage kann ich halt nicht bauen wie teuer sind die denn krass ja für base brauchst du baupläne ja ja ist ja richtig ist ja richtig warum kann ich das nicht hinstellen aber ist doch guck mal ist alles gelockt hier wieso kann ich das nicht wieso kann ich denn keine das ist doch dumm dass ich sorry wenn ich das jetzt so sage aber das ist doch doof wenn ich hier keine lager ich kann ja gar nichts hinstellen das ist alles gelockt es geht nichts das ist doch warum geht das nicht ich verstehe das nicht ganz tatsächlich das triggert mich grad ein bisschen äh weil die immer über das field zum bauen und nein ich bin voll holz 57 von 2 und stahl 304 von 2 ich bin ich bin ich habe doch alles also ich habe die ganzen mats dazu ich habe super viel gesammelt doch oben rechts in die ecke du hast ja toll woher bekomme ich den woher bekomme ich den und das ist doch gerade völlig das nervt mich gerade ein bisschen ja wow danke danke bringt mir jetzt hier aus der welt das geht rein das geht rein ich habe nicht mehr viel platz die liegen überall aber ich suche doch die ganze zeit ich google jetzt einfach ist mir egal das ist voll man jetzt habe ich keinen platz mehr ich google jetzt einfach und dann google ich mir das und dann gucken ähm uhen warte mal fallout 76 uhen äh baup lehne ähm in saturn irgendwo da in der nähe neben so einem haus äh am besten gebäuden wie krankenhäuser oder ähnliches äh wo war nochmals zu tun shit ich weiß da war ich schon mal ich war war das hier nicht zu tun krankenhäuser oder ähnliches achso ja danke wow ok cool danke für zweimal diese information tatsächlich ja wo war noch mal das ist dings das ist joe das ist das das ist das wo war es zu tun nochmal irgendwo habe ich es mal gesehen ich gucke gerade mal nicht auf den chat weil ich gerade achso ok aha ich dachte was war in der nähe des wassers das war aber doch ne hier zu tun da stimmt bei der aufseherin ha und ein bisschen weiter oben sollte was sein da finde ich anscheinend ne dings für eine anfang space reichen paar bretter und nur eine kiste ich habe nicht mal wende also was willst du ich habe nicht mal also ich habe nicht mal wende so er hat mir gesagt irgendwo da oben mach wenn doch ja klinge nach dem plan ich suche mir jetzt erstmal baupläne für kisten ich brauche lene so hallo hier geht es nicht rein das ist schade irgendwo hier drin hab ich gar nicht gesehen jetzt ist auch noch mein mann der bogen ist kaputt und meine waffe ist weggeparkt ah ne da easy easy ja jens easy der kopf ist ab stirb man danke da und dem echo ja das ist nicht jetzt du da wir in die